Dann schießen wir einfach los. Imitation ist eingestellt. Mhm. Genau, also. Dann hast du mir aber nichts eingefallen. Ich bin unkreativ. Erstmal zeichnen, dann nachzeichnen. Und die Zeit rechts oben nicht im Auge behalten. Was soll ich denn malen? Das ist... Das war jetzt. Was stöhnt denn ans Mikro? Ich glaube, die Lister stöhnt ins Mikro. Ja. Ich hab keine Ahnung, was ich zeichne. Ich auch nicht wirklich. Irgendwas wird schon bei rumkommen. Gott, hab ich mir jetzt schrocken, ey. Ich krieg grad einen... Unverlastig erschrocken. Discord-Anruf. Alter, das geht aber auch einmal laut los, ne? Ja. Erstmal ablehnen. Wer ruft noch Disco denn? Weiß ich auch nicht. Das gefällt mir alles nicht, was ich hier mach. Ich mach das alles wieder weg. Hm. Ist ja noch die halbe Zeit schon vergangen. Es darf ja auch nicht zu schwer sein, ne? Das hat keiner gesagt. Ich seh gleich schon wieder irgendwelche... What the fuck? Ich weiß auch nicht, was das werden sollte. Sagt mir, was es werden sollte. Es ist ja dann eure Aufgabe, mir zu sagen, was ich gezeichnet habe. Unsere Aufgabe? Nein. So, dann vielleicht hier noch. Ah, so mehr. Richtig, alles richtig. Äh. Was, äh? Ich hab nur grad nen... ne kleinen Error gemacht. Das muss ja dahin. Okay. Joa, das... Ja. Joa. Hm. da bin ich ja gespinnt ihr müsst es dann wieder ihr müsst nicht erraten, was ich gemeint habe sondern das weiterzeichen du musst einfach nur nachzeichnen das ist einfach nur genau das mit viel weniger Zeit okay, dann bin ich fertig ich habe jetzt einfach mal ich hatte drauf losgezeichnet und habe danach wieder alles geändert aber ich glaube, das ist okay es ist besser so, es ist auf alle Fälle besser nachzuzähnen mal gucken, was durchkommt ich habe bloß vor servicezeichnungen Angst, die kann sie mich zeichnen kein Problem das muss dann auch nachzeichnen ich habe auch extra was schweres für dich genommen ach du Scheibenkreis das muss ich mir jetzt merken ach du Scheiße habe ich nicht dran gedacht dass das mir merken muss ich muss aus dem Kopf rekonstruieren wie das aussah dafür habe ich mir viel zu kurz an der Zeit ich habe schon die Hälfte wieder vergessen ich auch das ist süß, was ihr vorgezeichnet wurde das kommt niemals an das kommt niemals an fremd noch ist easy ne, meine Zerse ne, meine Zerse hatte viele Baustellen gerade gehabt ich denke also okay alles kann ich mir nicht bewegen die Zeit ist rum ach du Schreck ich weiß schon gar nicht mehr ich weiß nicht mehr ob das die Farben waren da stand noch irgendwas drüber ich habe es auf jeden Fall schon bei der ersten Zeitung verpackt ja gut, viel Spaß beim Nachmalen ja, so glaube ich ziemlich, ziemlich so eine Art definitiv nicht ja, okay 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 na, um mir geht die Zeit aus shit what the fuck is this okay was soll das sein äh, well ach du Schande ein Viertel der Zeit soll ich das denn nachmalen ein Viertel der Zeit ist weg ok, nachmalen ok da haben wir das ich werde den Vorsicht definitiv nicht gerecht halbe, Hälfte der Zeit ist weg na toll dass du das ansagst auf jeden Fall ansonsten hat man die echt nicht gut im Blick überhaupt nicht den Druck ich glaube so ähm, ähm ja, ich glaube auch so ich glaube heute noch ist machbar naja 4 3 2 1 nein ui shit ach du heilige möp, 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 möp ok ok ein Viertel der Zeit ist bereits rum na toll ja cool so, da kommt da war das hier und da kam die Hälfte der Zeit ist rum nice da kommt auch nie wieder was Gutes bei Ros Viertel der Zeit haben wir noch oh nein 5 4 3 2 1 äh, ok ach du Schande Viertel der Zeit ist bereits weg wir haben noch nicht angefangen die Hälfte der Zeit ist weg nein bin fertig what ich hatte nicht so was schwieriges ach, mal jetzt noch mal klötzen Viertel übrig 4 3 willkommen in Minecraft 1 nein oh man äh, ok 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 ein Viertel ist weg ich hab, ne, 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 zeichnen ich kann nicht zeichnen ich hab ich kann mich nicht mehr dran ändern was ich, was da war irgendwas war da hier so ich kann mich erinnern was da war, aber ich weiß nicht, was es darstellen soll. Nur noch ein Viertel. Ist irgendwas in der Art? Ja, vielleicht noch was. Drei, zwei, zwei, acht. Ja. Shit. Da war's. Ja, schön. Ach du Schande. Wo, 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 wo. Da ist ja noch einer. Okay, was auch immer das bedeuten soll. Viertel ist schon rum. Ja, fertig. Hälfte ist rum. Alter, was stimmt mit dir nicht? Ja, ich hab, glaube ich, einfache Sachen. Also, das ist auch nur noch einfach. Am Ende, da kann man noch keine Zeit mehr machen. Ach, sie geht's an. Sieben, sechs, vier, zwei, zwei, eins. Zeitsprung. Nein. Merk dir die Zeichnung? Okay, die krieg ich hin. Ich glaub, die krieg ich auch immer mehr. Ich krieg sogar Farbe treu hin. Würdest du bitte zeichnen? Danke. Alter, ich krieg die nicht hin. War das fertig? Was waren da noch drunter? Was waren? Fuck, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das ein... Nee. Ja. Und kannst nicht zurückgehen, um zu gucken, was war. Ich glaub, es war so. Ich hab vergessen, was drin, irgendwas in dem Ort. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es ein vierkartnern Kreis war. Nein. Ich hab zwei Symbolen bei mir auf dem Screen und bin mir nicht sicher, welches waren. Ja, ich hab sofort gelohnt. Zwei Symbolen, du hast sie denn nicht mehr. Ich bin mir sicher. Ich klicke auf Zeichnen und denk mir so. Weine Fräser. Ja, das hab ich dann aber auch gedacht manchmal so. Jetzt weiß ich so. Oh, was war denn das nochmal? Das war gleich bei der ersten Zeichnung. Oh Mann. Schauen wir doch mal, was sich der Liste ausgedacht hat. Super einfach. Oh ja. Super einfach. Oh, ich hab noch was vergessen. Verdammt, ich bin doof. Naja. Ja, okay. Sabi. Und die Fische waren rot. Oh nein. Die Fische sind gleich blau geworden. Ich hab's da irgendwie noch versucht. Ach, das ist dann bei mir. Jetzt weiß ich, was bei mir angekommen ist. Ich hatte keine Zeit mehr. Ich hab's nicht hinbekommen. Das sieht so aus, ob er fällt. Ah, okay. Ja, genau. Oh Mann, Bendy. Bendy nur so. Ja, ja, ja. Das wurde halt. Ja, ja, ja. 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 Ja, genau. Oh, du hast gar keine Person mehr gezeigt. Nix. Ich war nämlich fest. Ich wollte es für einen Punkt weg. Oh, shit. Meine Zeichnung war glaube ich schwierig. Und habe mir nur gedacht so. Oh. Er ist durch Portale, er ist durch Welten gereist, ja. Der Taucher. Ja. Also erst hab ich mit schwarzem Hintergrund angefangen, weil ich wollte irgendwas im Weltall machen. Und dann hab ich's auf Wasser geändert. Dann hat Sabi auf helleres Wasser geändert. Danach sind die Fische verschwunden. Danach sind sie plötzlich auf die Erde gefallen. Karras. Rationalisiert. Wegrationalisiert. Okay, Red. Ach, du Schande. Ah, der, äh. Pikachu hat eins auf den Kopfhaut. Niemals bei mir angekommen. Okay. Das ist jetzt ein Porto, ihr wollt. Ich weiß, was bei mir angekommen ist. Ich weiß, was ich gemalt habe. Und das kann ich auch nicht mehr zeichnen. Ich weiß, was ich gemalt habe. Ich glaub, das kann ich auch nicht mehr zeichnen. Ja, so weit kam ich nicht. Oh, no. Das ist bei mir angekommen. Das ist bei mir angekommen. Ah, nee, gar nicht wahr. Das ist bei mir angekommen. Sehr schwer. Ich schmeiß mich weg. Pikachu ist unterwegs. Das wird gespeichert. Selbst die Pyramide hat nicht überlebt. Selbst... Wie die Pyramide zu schnell zu einem Nacho wurde. Ja, das arme Pikachu. Deswegen wurde es ganz schnell entfernt mit Pikachu. Da war es nämlich glücklich von zweit mit. Ja. Oh, Mann. Sehr gut. Aber wie glücklich es aussah jetzt zum Schluss bei der Sabi. Wundervoll. Oh. Ah. Okay. Alles klar. Ja, das hatte ich bekommen. Ich glaube, so ungefähr kam es bei mir auch an. Ja, das hab ich gekriegt. Ja. Ja. Nicht mal die Farms sind geblieben. Ich hab nicht erkannt, was das sein soll. Ich hab's auch nicht erkannt. Nicht mal, ich hab's schon nicht erkannt, weil ich das Ding nicht kenne. Ich hab was so... Das darfst du sein, was ich gesehen habe. Wow. Ich hab das auch genauso nachgezählt. Ja, aber ich hab nicht so viele Striche gewonnen. Ach so. Oha. Aber es haben alle das Zorange genutzt. Ja. Na, man fang was mit Gelb. Die Farben sind durchgekommen. Die Farben, die Zwergi eingeführt hat, nachdem er einfach den von Bendy ignoriert hat. Das Geld. Ja. Ah, sehr gut. Wundervoll. Da bin ich mal gespannt auf Thoram. Ich hab mir Mühe gegeben diesmal sogar. Hey, ich bin so am Grenzen die ganze Zeit. Das ist so gut. Ja. Das Gesicht weh schon. Thoram. Ach, das war's. Das ist doch eine gute Sache. Wie ist das nicht durchgekommen? Nee. Definitiv nicht. Ist das nicht durchgekommen? Äh, ich hab's auch... Ich wusste ja natürlich... Das S war falsch, und deswegen wusste ich, muss ich das... Oh, nein. Aber ich hab's alle genau so weitergegeben. Jetzt, jetzt erklärt sich das. Ich wusste nicht mehr... Hä? Ist das nicht... Okay. Ich muss mich verzeichnen, wie gesagt. Ah. Ja. Ja. Ich dachte mir so, was ist das? Aber das S taucht wieder auf. Ja, stimmt. Das S taucht wieder auf. Immerhin. Pass da drüber, dann auf einmal. Ja, gut. Wobei, gerade das Superman-Logo sollte man noch meinen, dass das auch eigentlich durchgeht, oder? Ja, hat man eigentlich gesagt. Es sei denn, das S wird verkehrt rumgezeichnet. Aber meine einfach mal so die Farben aus dem Wind geworfen, das S zu dem Fragezeichen gemacht. Ja. Ja, Red hat sich gedacht, was? Den Diamond Shape? Scheiß drauf. Wie machen die jemanden den Mund offen? Warte, das geht eindeutig auf. Ja, das ist bei mir immer... Ja. Würdest du es irgendwann... Weißt du, man guckt sich das da an, denkst du, ja, easy, hab ich gleich gemalt, mal das, und dann, ja, easy, hab ich gemalt, aber ich hab anders komplett falsch gemalt. Ja. Das ist so krass, oder? Das ist mir aber auch... Ach, du warst das. Das kommt bei mir nicht an. Ah, 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 no chance in hell. Oh, aber gut, na, schon mal. Da war ich noch dran, ja, da war ich noch dran. Gut, die Hosefarbe war schon komplett falsch. Oh, jetzt weiß ich, was bei mir immer gekommen ist. Oh, nein, ich weiß jetzt, was kommt. Oh Gott, Gregor. Ich hab nicht mehr genug Zeit. Oh, okay, alles klar. Einfach mal ein blauer Fall. Ja, das hab ich bekommen. Wo kommt der Bollen her? Wo zum Teufel ist da ein Bollen? Wo kommt der Kopf her? Wo kommt der Kopf her? So gut. Ja, okay, bei meiner Bolle ist das jetzt mega kreativ, okay. Das macht die Gunst. Ah. Am Anfang haben wir es noch halbwegs hingebracht. Ja, total. Bei mir hat sie plötzlich schon einen Turr gehabt und keinen zweiten Arm mehr, aber den hab ich dann gesagt, ja, den lass ich weg. Den hab ich auch erst ganz am Ende gemerkt, ich dachte, der fehlt doch was. Genau, und zweiter Arm. Bendy war aber auch noch da dran. Bei Gregor ist dann alles verloren gegangen, ja. Ja. Nee, bei mir ist alles verloren gegangen. Ja, da ist es nicht verloren. Aber blau. Der Turr kommt dann so. Ach, komm. Meine Probleme sind da raus. Ach ja, das war das Erste, was ich sofort vergessen habe. Der Vulkan ist, glaube ich, geblieben. Der Vulkan ist, glaube ich, geblieben. Ah. Den Vulkan hab ich auch noch nicht gekriegt, aber dann wurde es, langsam, ähm... Ach, doch, jetzt weiß ich, was es ist. Das sind die zwei Kreise, ne? Ja, genau, das sind die zwei Kreise. Mal schauen, ob du die Symbole richtig gemacht hast, dann deine zwei Kreise. Ja, noch ist der Vulkan auch da. Deswegen, was habe ich immer so schnell... Da! Da, 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 da. Ja, ich hatte halt den Schienen zu zeichnen. Ach, guck mal, der ist schmaler geworden, der Kreise. Aber die Farben. Wahnsinn. Der fällt mir immer positiv auf, ey. Soll ich das auch schon... Gregor hat, äh, Evil Genius gemalt. Ah, siehst du, okay. Ähm... Ja, klar, ja. Mhm. Oh, Mann. Ey, bei Zwerge wurde das plötzlich... Also bei Toram ist schon echt minimalistisch geworden. Und Zwerge dann auch nur noch so... Ey, die Zeit lief so schnell. Manchmal, gell? Okay, Zwerge hat, was hat der sie gemacht? Okay. Äh, nein. Ja, well. Das müsste das letzte Bild gewesen sein, was ich gekriegt habe. Ich glaube, ich habe irgendwas in der... Ich habe sowas zwischendrin mal bekommen. Die Katze sind verschwunden. Ja, die Katze sind verschwunden. Er ist schon mal einer weniger. Eine weniger. Ein verschwindeter Zweite. Die Katzen werden auch immer weniger. Ja. Von 13, 2 zu 1. Bei mir ist sogar eine Person verschwunden. Sehr schön. Ich habe das Herz nicht mehr hingekriegt. Ja, das Herz war nicht mehr da. Aber die blaue Brille hat sich durchgezogen. Das ist auch wichtig. Man muss sich ja erkennen, ne? Ja. Ja, stimmt. Bendy verwendet immer andere Farben, ja? Ich glaube, Bendy interpretiert immer. Bendy sieht immer die Message im Hintergrund, weißt du? Tja. Hauptsache, die Brille ist geblieben. Genau. Meiner. Jetzt schauen wir mal schon, was das ist. Ah! Der Baum, okay. Formen sind geblieben. Ja, das Baumhaus wurde immer dünner. Das kann ich schon mal spoilern. Okay. Beim Gregor. Tja. Ich habe irgendwann so einen Minecraft-Baum gekriegt. Was ist denn da? Ich habe nur noch Formen gemacht. Aber der Marienkiefer ist geblieben. In gewisser Weise. Der Marienkiefer ist geblieben. Wie aus einem Baumhaus ein Ast wird. Ja. Tja. Und da ist kein Marienkiefer mehr da. Minimalisiert. Ja. Bendy ist dann nicht mehr da. Irgendwie. Irgendwie. Stimmt, lege ich jetzt auf. Die Marienkiefer im Baumhaus hatten wir das letzte Mal auch schon. Achso. Jawohl, er ist weggeflogen, der Marienkiefer. Passiert, passiert. Ach, komm. Ich würde eine Runde noch machen. Ja. Aber normal, dann willst du doch zum Schluss. Sollen wir noch ein normales Abschluss machen? Okay, bin ich dafür. Bis zum nächsten Mal.